Ja gut, ich melde mich hier aus dem Studio Hamburg, also wir haben doch hier richtig kaltes Winterwetter, Peter. Ich meine, Alter, ist man ja empfindlich, das wisst ihr ja. Ja, ich wünsche alle, die mich mögen, auch die mich nicht mögen, die Fans in Deutschland, wünsche ich natürlich hier einen schönen Gruß aus Hamburg. Nee, Hamburg ist doch kein Chaos, aber von dem Chaos Club, das wisst ihr ja, HSV Chaos. Alles Güte für euch. So, dann wollen wir zu den Tipps kommen, das wird ja auch eine interessante Sache heute Abend, Freitag ist ja Freiburg gegen den FC Streich, gegen Stuttgart, das ist natürlich hochinteressant. Also ich tippe mal, das wird noch unterschieden, aber ich muss schon sagen, dann hätten sie beide einen Punkt, dann sind sie da unten auch raus, dann sind sie auch weg, also unten die drei sind da so schwach, dann sind sie weg. So, dann haben sie auch Petersenheim-Spiel und der Christian Streich, der wird doch schon was anrühren, da bin ich davon überzeugt. So, und zu Stuttgart, muss ich sagen, das sind die drei Gs, ne? Gummis, Kinder und Ginschek, die holen da einen nach den anderen, auch wenn ich die Schmierlappen-Gummis nicht mache. Das ist so ein Laumann, das ist so ein Faller, mit den glatten Haaren, mit den schwierigen Haaren. Aber ich will euch eins sagen, ich tippe doch mal einen 1-1 ein. Also mehr ist noch nicht drin, oder ein 2-2, ist egal. da niemand der LassTeil zu verкт 색en rausgezogen bis Ganze zu Ende, aber dass Starting, das haben wir 1-2,4ig oder 1-2,db压sen alle, Vielen Dank.